Hallo und herzlich willkommen bei Blackhead Cooperation. Ich bin der Crafty Girl und ganz entspannt, denn ich bin auf Valium. Und neben mir ist mein auf Speed besessener Bruder Freaksplates. Hallo? Ja, keine Ahnung, wir lassen uns heute immer wieder was Neues ein. Ob es gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Irgendwie wird es immer langweiliger, die Begrößerung. Wieso? Der letzte? War doch cool. Na ja, mach ich schon. Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Jetzt. Schaut euch gar nicht das Video an, weil das wird eh scheiße. Schreibt einfach in die Kommentare ein gutes Video und wir sind schon happy. Gut, ähm, Prison, also Recruition haben wir gemacht. Jetzt kommt Transparent, also mach dich unsichtbar. Ist immer gut, weil ich mache mich oft sehr unsichtbar. Sehr viel unsichtbar. Okay. Es macht Spaß. So, los geht's. Ähm, ich sag mal gleich... Oh mein Gott. Das hat nichts... Hä? Was denn? Ähm... Ich schätze mal, da wo die Feine sind, ist viel Glas und ist vor dir Glas? An der einen Seite. Nein. Nicht? Geh mal geradeaus. Ist Glas links? Nein. Links neben dir Glas? Ja. Jetzt? Links. Jetzt links? Nein. Geh zurück. Ja, was bringt sich das dann? Werden wir den Schuss weg? Da ist ein Schlüssel. Sag nicht, wir müssen da... Wir müssen da durch. Okay, äh, okay, jetzt geht's ums Hacken. Nimm... Wie hast du den jetzt aktiviert? Ist der... Höchstlich kommt da jemand? Ja. Oh! Guten Tag! Wie hast du den aktiviert? Wie hast du den aktiviert? Wie hast du den aktiviert? Ich bin einfach zum Schlüssel gegangen. Du hast gesagt, da war nix, oder? Oder war da Glas? Ein Schlüssel war hier. Ja, aber auf der anderen... Auf der Wand? War die Wand das Glas? Ganz vorne war Glas, ja. Okay, dann dürfen wir da nicht hin. Geh zurück. Kann ich mich nicht einfach ducken? Nein, geh zurück. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt links durch die Türe. Sammle die zwei Bitcoins ein. Geh wieder raus. Nein, okay, geh links. Oh, das sind Bildschimmer. Hab ich wieder eine Karte? Nein, hab ich nicht. Durch die Türe. Oh, da? Ja. Sammle die Bitcoins ein. Oh, schon nah. Versuch sie zu scannen. Wen denn? Okay, geh rechts. Geh geradeaus. Versuch den zu scannen. Bei ein Glas. Achtung, er kann dich sehen durch Glas. Wo? Welche? Geradeaus ist Glas, hast du gesagt. Ja? Ja, und auf der linken Seite, wo die Wand ist, ist ein Glas. Ja? Und dahinter steht ein Fein und er darf dich nicht sehen. Wie ich da zu gegangen bin, ist dann jemand gekommen. Ja, weil du bist, weil du bist da gewesen, da konnte er dich sehen. Ah. Versuch ihn zu scannen, genau. Genau, danke. Hab ihn. Wie viel haben wir jetzt? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Wie schaffen wir das? Ich weiß nicht. Also wir müssen ihn blind, dann ist er ja nicht blind. Hä? Team Futuro. 3. 55. 1. 12. 6. 4. 8. 9. 6. 1. 2 ist er doch, oder? Mhm. Warte, ich muss ihn mal mal legen. Du hast dann Zeit. Hat man meine Sicht? Ja. Okay. So, Ladies und Gentlemen. Wir haben hier eine super Beleuchtung und eine Raumdeko, die ist vom Allerfeinsten. Und wir haben etwas, wo wir die Schuhe ablegen können oder was auch immer. Dann haben wir eine Türe, die sogar aufgeht. Hier haben wir den Pokal, den wir wahrscheinlich nie bekommen werden. Und da ist noch eine Türe. Und wir haben Monitore. Zwei so... Selbst das Spiel hat zwei Monitore. Und ich nicht. Okay. Da haben wir... Das sind die Festplatten. Hm? Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Also 40 Festplatten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und... Ja, kein Problem. Zehn Terabyte. Was? Passt. Oh, da sind auch noch ein paar. Gut, ich weiß, wie es geht. Du sammelst... Du sammelst den Schlüsselein. Ja? Noch nicht jetzt. Sammelst den Schlüsselein. Drehst dich um. Gehst den Gang entlang. Bis zur anderen Wand. Ja? Hä? Ist das so kompliziert? Wenn es doch einfach geht. Oder ist ja kein Schlüssel mehr. Hä? Achso, das ist ja eine Falle. Oder? Für was ist der Zahlencode? Kann man mit denen den Ding aufmachen? Oh. Oh. Ha, 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 ha. Sammelst den Schlüsselein. Gehst ganz komplett zurück. Und da ist nämlich eine Tür. Die machst du auf. Und dort bleibst du dann stehen. Okay. Geht schon. Aber der kommt doch von der Seite. Ja, ich... Ich tue ihn ja töten. Ohne Coins. Wir haben Coins. Achso. Kann ich? Ja. Du die Tür durch. Dann sieht er sich nicht mehr. Bleib bei der Tür dann gleich stehen. Weil da sind Feinde nicht mehr. Siehst du da vor dir Glas? Nein. Gar nichts. Nein. Siehst du hier kein Glas? Ja. Gut, da geh durch. Rechts? Geradeaus. Kein Glas? Nein. Wenn du Glas siehst, muss man es sagen. Gut, ähm... Step by step. Go. Go. Da ist jetzt ne Alarmanlage. Äh, nein. Zuerst gehst links in die Tür rein. Und sammelst den Bitcoin und gehst wieder raus. Obwohl du kannst da durch. Durch die Tür. Geht einfach weiter. Und sammle alle. Jetzt geh rechts raus. Rechts. Da ist auch ein Bitcoin. Ja. Zuerst gehst du nehmens. Aber den. Genau. Vorsicht. Nicht die Alarmanlage. Zuerst den Bitcoin und nicht die Alarmanlage. Sag mal nicht Stopp. Stopp. Umdrehen. Geh zurück. Geh zurück. Okay. Durch die Türe. Rechts. Links. Ich scanne hier jemanden. Ist der Glas vor dir? Ja. Da ist Glas. Ja. Auf der ganzen Länge ist Glas. Nein, nein. Nur hier jetzt. Nur hier. Gut, geh geradeaus weiter. Links. Moment. Achso, wenn du es kannst, dann scanne alle. Dann geh ganz zum Glas hin. Vielleicht kannst du auch den ganz hinteren wechseln. Ganz rechts hinten. Siehst du den? Nein. Okay, dreh dich um. Nein, die habe ich beide. Okay, passt. Kann ich? Nein. Jetzt. Und da ist Speicherpoint. Warte, zuerst gehst du rechts. Ja. Nein, nicht dahin. Geh nach links. Links. Ich kann nicht. Links drin. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Links drin. Geradeaus. Rechts. Da gehst du gerade. Drehst dich um. Ah, das ist der von drüben. Okay. Gehst du raus und speicherst. So, dabei bist du dort stehen. Ist hier irgendwo Glas. Welches Sicht haben wir gerade? Deine. Echt? Ja. Da vorne ist Glas. Geh mal jetzt geradeaus. Stopp. Siehst du hier irgendwo Glas? Da ist Glas überall. Recht? Ja. Versuch den Feind hier irgendwie zu scannen. Welchen Feind? Wo ist er denn? Dreh dich weiter nach rechts. Schau nach rechts. Stopp. Da genau ist ein Feind. Scan ihn. Genau. Dann mache ich ihn kurz abblinden. Le Blomp. Let me entertain. Okay. Aha. Äh. So, wenn du das gemacht hast, also wenn ich ihn gegen hast, gehst du einfach links und durch die Tür. Los. Okay. Durch die Tür. Äh. Durch die Tür. Vorsicht das Alarm. Einfach weiter gehen, aber nicht den Alarm berühren. Wie weit? Ganz nach links an die Wand. Genau. Bleib. Genau. Ganz links. Genau. So, da bleibst du. Ist hier Glas? Nein, aber ich kann hier jemanden scannen. Gut. Ich weiß nicht wo der ist, aber... Eins, zwei, drei, vier. Du müsstest... Ich müsste jetzt glaube ich alle deaktivieren. Aha. So, versuch. So, geh geradeaus. Der kann dich noch nicht sehen. Der kann die Heine noch nicht sehen, laut meinem Ding. Ich sehe ihn schon. Gut. Geh weiter nach rechts. Ganz rechts. Ganz rechts. So, stopp. Jetzt dreh dich weiter nach links. Kannst du auch ihn anders scannen? Ja. Kannst du... Siehst du mehrere Feinde noch? Oder nur die zwei? Nur die zwei momentan. Passt. Aber rechts von mir ist auch Glas. Rechts? Ja. Das bringt aber nichts. Okay. Puh. 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 Jetzt sind wir langsam schon drin, gell? Ja, aber ich frage dich, wie mache ich das? Du kannst die anderen Feinde nicht sehen. Du musst sie aber sehen können. Naja, ich kann... Scannen und gleichzeitig... Och. Und da ist auch noch ein Laser ist auch noch da. Mhm. Wir sollen da scannen. Das ist nicht... Kann... Das ist nicht gegen Kanan. Oder was? Also ich sehe hier spicy. Nur spicy heißt die? Heißt der? Keine Ahnung. Du musst es wissen. Ne, ich kann es nicht... Wie heißt denn der? Keine Ahnung, ich sehe ihn doch nicht. Okay, ich sehe sie hier. Hei, haaaaa happy. Kann ich irgendwie probieren und einfügen? Nein. Es wäre eher zu einfach. so der andere ist sehr 85 problem ist nur du müsstest die anderen scannen du müsstest die anderen scannen erklärt das mal ich tue die beide blind machen zeig mal den zuschauern so du musst die beide da ich mache die beide blind die zwei und da gehst du einfach in gang weiter passt aber auf ich sage dann stopp da musst du auf die rechte seite schauen bei der leser und da sollte klar sein und die zwei musst du es gehen es da mal nur einen die näher bei dir ist und dann kennst du den zweiten ok es ist schwierig weil die mir also jetzt noch einmal wir müssen das zeigen du gehst du gehst geradeaus wenn ich sie deaktiviert habe ja links bleibt aber gleich bei der wand links also bei der näheren die nähe die jetzt links von dir ist ok dieser wand bleibst du soll ich hier entlang jetzt geradeaus an der rechten wand gehen an der linken wand von dir gehst du einfach entlang das sieht er mich doch passt schon okay du gehst dann hier einfach entlang um die ecke auch an dieser wand entlang bis ich stopp sage dann solltest du einen anderen einen fans gehen ok dem musst du scannen ich hoffe es geht schnell genug weil dann muss ich den blind machen dann kannst du nicht kannst du bisschen weiter gehen dann sage ich wieder stopp muss die nächste scannen und dann kannst du endlich wirklich weiter ok problem ist sie sind noch leser im spiel ok nicht okay es ist eher schwierig scharf es geht bereit ja hast du gewechselt wie heißt das sehr geht schon gerade aus schnell 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 du musst schnell sein warte warte du bist da vorne ist eine fahrleger alarmanlage ist die einfach gerade aus zurück 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 nein da musst du woher kommst nein nicht da da musst du hinten stopp dreh dich und dreh um du hast es nicht geschafft was schon die kommen da zu mir nein kommen nicht die gehen ich bin im falschen weg die gedulden geradeaus 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 links vorsicht stopp das sind jetzt feindert siehst du sie die war ja da scannen sie aber das ist der weitere und das ist der näher schütze kommen wieder zu dir dreh um dreh um dreh um geht zurück 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 ein rennen 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 einfach nur entlang jetzt hast du wieder im fall ausgelöst wurscht sie sollen einfach in der ruhe geben ja hier kommen immer weiter passt schon sie kommen eh nicht kommen sie nicht nein musst aber warten bis sie sich wieder beruhigt haben ok jetzt haben wir nicht wenigstens alle namen wir haben vier vier gegner und vier bits also dürfen keinen fehler machen vor allem ich muss alle gleichzeitig irgendwie blind machen wieso ich bin in der nähe wieso gehst du dahin ich muss ja nach links ja bleib dort stehen du kannst du noch nicht bewegen so nicht bewegen so natürlich weil die so dicht nehmen anschnitt sehe ich den namen nicht und die liste den chat verlauf sehe ich nämlich auch nicht mehr zu zweitig wie sie heißen komplett wie mache ich das jetzt vielleicht kann ich es noch einmal scannen naja ich muss wissen wie den namen heißen ich weiß es aber nicht ich kann es nicht sehen ja vielleicht muss ich es noch einmal scannen naja das ist zurzeit aufwendig ich weiß spicy happy dann seien 85 evil peers glaube ich und den anderen namen weiß ich nicht nur blöd dass wir das jetzt gleich machen und nicht sehen gut wir müssen versuchen und dann rennen einfach wurscht das passt schon das geht schon äh ich sagte dann go und dann rennst du da durch oder wie ja aber pass auf dass du nicht zu diesen fallen hinkommst zu dieser alarmanlage du siehst hier oder ja hier ist eine alarmanlage vor mir genau und dahinten kommt dann noch eine bräuse nicht weil sonst löst du es also wie komme ich da vorbei einfach an der wand entlang ok ich gehe dann mal gehe einfach an der wandel lang das passiert nix genau links geht schon jetzt kannst du siehst du die andere alarmanlage ja stopp weiter kannst du gerade aus so einfach an der linken wand wo du gerade bist entlang um die ecke und dann geradeaus ok dann einfach rennen dann so schnell wie möglich du hast hier ein bisschen platz bei der kurve auch durch die laser äh da steht da muss ich auch noch sagen stopp ich hoffe ich kann das teilen so spicy dann sehen welche Sicht haben wir was welche Sicht meine ok jetzt sehen sie deine bereit ich hab ich hab wir können es jetzt wenn wir es nicht schaffen müssen wir es Level von vorne machen von ganz von vorne wir haben noch ein checkpoint gehabt ach so stimmt bereit ja nicht so einfach so dann merkt der evil peers ok evil peers der löst zwar dann später einen aus aber das ist nicht so schlimm ja evil peers merkt er ja ja und dann heißt sie an 85 ja wieso wie heißt denn der spicy spicy happy und 66 oh gott bereit ja du weißt was du jetzt tun musst ja gut evil peers und dann heißt sie an kann ich ja wurscht geh grad aus grad aus rennen einfach rennen einfach rennen einfach grad aus grad wurscht ich komme nicht alles zu dir shit wir haben nur zwei zum aufzuhalten egal wurscht geh einfach grad aus sie werden hoffentlich aufhören rechtzeitig wenn nicht dann haben wir es verloren wohin ja shit wir schaffen es nicht zurück geh zurück geh zurück geh rein einfach rein vielleicht hören sie von selber auf was ist zwar nicht lauer aber oh jetzt wir hören auf sie hören schon langsam auf einfach rennen geh einfach rein 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 die dürfen dich nicht mehr sehen rein einfach shit da kommt ein anderer ja ich wusste nicht dass der auch kommt das ist die namen weißt du dieser evil peers der heißt evil peers shadow 85 mhm den Namen sieht man ja nicht mal so schnell kann man die nicht eingeben hätten die nicht wo bin ich jetzt bei checkpoint ja aber ich mein wo genau ja es ist ich weiß nicht wie ich es machen soll die sehe ich nicht den namen das ist das okay du musst die scannen ich muss sie mir aufschreiben oder mehr so machen wir den einmal die haben so komplizierte namen ja sonst wäre es ja nicht sonst wäre es ja einfach jetzt voll die schleichwerbung vorsicht da sind vorsicht da ist ein alarm nicht berühren hast du voriges mal auch berührt das ist nicht so einfach ich weiß ja nicht wie es mit dir aussieht deshalb bei mir ist ur viel platz ja bei mir aber nicht so geradeaus stopp du hast du hast du hast du hast du hast nichts wie es denn du hast nur für die anderen leichter das ist jetzt schwierig ich muss sie blind machen du musst sie scannen stehen bleiben ich kann den anderen jetzt auch scannen ja mach auch die anderen nein nein gut du musst an der linken wand entlang um die kurve okay versuchen so schnell wie möglich dann bleibst du stehen sobald ich stopp sage ja bleibst du stehen wenn ich stopp sage dann scannst du den nächsten durch die leser auch durch oder was durch die leser durch sage ich dir wenn ich stopp sage ich sag du stopp bleib stehen okay durch die leser musste scannen und ja und das so schnell wie möglich weil das hört langsam auf breit kannst du bis sie geradeaus gehen noch stopp 3 2 1 zu spät ist nicht schlimm gerade gehen wir klar das passt schon passt schon wir schaffen das sonst dann weil ich kann sie nach und jetzt geht zurück geht zurück und geht zurück da wo du kommst weiter 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 stopp da ist ein leser geht bis zum leser vor stopp bleibst davon stehen ich hoffe sie drehen um ok warte ok sie drehen um dreh um du auch um du auch um und jetzt rein warte stopp da kommt der leser und go super ganz geschafft wir müssen es zuerst auslösen und damit wir erinnern kann einfach weitergehen wer hat er dich gesehen war der klas ja dreh dich um du musst du so sagen wenn der klas ist ja überall ist der klas ich weiß es ja nicht ich sehe es ja nicht jetzt rennen einfach er ist super ich muss wissen wie er heißt sonst kann ich nicht stoppen und jetzt kommen die anderen feinde also schaffst du es nicht verloren geht nicht jetzt kommen die anderen feinde und alle sind wieder ausgelaufen so wie wir wissen wie es geht alle auslösen und damit bitte warten bitte warten wie geht der ich habe den vorigen gegeben aber wieso bist du gegangen ich habe nicht gesagt go bist du bist doch wieso wieso ist das ein o 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 Du kannst Ostern durchgehen, es passiert eh nix. Pass auf, da ist ein Alarm. Links an die Wand. Weiter. Stopp. Okay. Soll ich den zweiten auch? Scannen sie schonmal, ja. Okay, hab ihn. So, und jetzt? Alter, der Sally geht weiter. Kann ich nicht mal aufhören? Ich glaub, dreht er nicht mal um, der Sally. Kommt er die ganze Zeit? Ja, der dreht nicht um, ich glaub, der dreht nicht um, aber er sollte mich umdrehen. Er tötet dich jetzt. Kommt er? Ja, du bist nicht tot. Oh! He, aber he, der sollte eigentlich umdrehen, das machen alle anderen auch. Der war ehrgeizig, der Sally. Der ist ein großer. Echt? Mhm. Ach so. So. Ja, scan ihn. Tick, 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 tick. Der Brutus! Ja, Brutus! Ja, hallo, Brutus! Nein. Ich sag dann Go, okay? Du... ... 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 Sieben Zwerge Ok, kennst du ja schon den Weg Aufpassen, Alarm So, du musst einfach mal durch Also links Ich sag Stopp Vom Laser Jetzt gehen wir mal weiter Ich sag dann Stopp vom Laser Und Ja Dann gehst weiter Wird halt eine längere Folge, aber wir schlafen das jetzt Bereit? Ja? Wurscht, sie lösen alle aus Das ist geplant Ja, sie lösen eh alle aus Stopp Den Alarm hätte ich nicht lösen können Egal Go Stopp Stopp Das bleibt jetzt Bleib da stehen Ich hoffe sie drehen um Sollten sie aber Ähm 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 Geh zurück Umdrehen Geradeaus Stopp Geradeaus Geradeaus Rechts nicht den Alarm auslösen Rechts Passt Passt Umdrehen 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 Warte Stopp Erlöst Er kommt zu dir Okay umdrehen Nicht den Alarm auslösen Ja, die gehen immer zum Alarm Okay, dann geht ganz rechts Ganz rechts an die Wand Ja, ich versuch's hier Nein, nicht diese Wand, die andere Wand. Okay, so gehts auch. Okay, gut, schnell. Stopp. Jetzt, go, go, go. Go, go, go. Wir schaffen das jetzt. Stopp. Da ist überall Glas. Echt? Okay, vor dir auch Glas, go. Ja. Go, geht schon. Jetzt links, genau, an der Wand bleiben, an der Wand bleiben, an der Wand. Da bleib jetzt stehen. Nicht geradeaus. Genau, gerade. Nein, nicht diese, geradeaus. Ja, nein, nein, ich verstecke mich nur, damit ihr wieder vorbei... Ihr sehn die nicht, die sind schon alle weg. Bleib ganz rechts an der Wand. Ich sehe hier von hier ein Passwort. Siehst du es? Ja. Echt? Ja. Dann seh wohl leicht, dann sag es mal. Ähm. Da müssen wir nicht den Weg gehen. Es ist leichter. Pr... Pr... Trouble. Ich seh das so schlecht. Nein. Ich seh, ich seh... Geh, geht... Sind die da Feinde? Nein, noch nicht. Okay. Precious. Was? Mit... P-R-E-C-I-U-S. O... O-U-S. Am Schluss. Precii... I... I... P-R-E-C-I-O-U-S. P-R-E-C-I-U-S. 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 und ja, wir haben natürlich auch andere Formate, also schaut ruhig bei unserem Channel falls ihr jetzt neu seid, bei uns vorbei auf dem Channel, wir haben da natürlich das Aero kommentiert, das Let's Test und es werden auch noch weitere Formate natürlich kommen und ja, wir hoffen wir sehen bzw. hören oder schreiben wir uns im nächsten Let's Play oder in der nächsten Folge. Dankeschön, ciao Tschüss